So klingt es, wenn ein Rudelwölfe auf sich aufmerksam macht. Das Wesen eines Wolfes zeichnet aus, dass es hochsoziale Tiere sind, extrem soziale Tiere. Deswegen ist er der Hund zum Hund geworden, weil er mit den Menschen zusammenleben kann. Saschok, Wutschko und Norbert, das sind die Schützlinge von Michael Eichhorn. Eigentlich ist der Hundetrainer im Kurfalzpark in Wachenheim aber, kümmert er sich um die Wölfe. Weil diese ihm einfach am Herzen liegen. Damit sich die Raubtiere überhaupt an die Menschen gewöhnen konnten, zog er sie schon früh mit der Flasche auf. Wölfe sind sehr ängstliche Tiere. Ich habe das schon vor 20 Jahren gemacht mit dem damaligen berühmtesten Wolfsforscher, Eric Ziemen. Und ich wurde dann eben gefragt vor elf Jahren, ob ich das hier in dem Park auch tue. Doch so sehr es die Tierschützer freut, dass sie schätzungsweise 800 Wölfe hierzulande wieder heimisch fühlen, so erschreckend finden es andere. Nach einem Angriff im Schwarzwald Anfang Mai, bei dem mehr als 40 Schafe von einem Wolf gerissen wurden, ist die Diskussion um die wilden Tiere wieder aufgeflammt. Nach aktuellen Zählungen leben in Deutschland zur Zeit 60 größere Rudel und 13 einzelne Paare. Überwiegend im Norden und Osten Deutschlands. Dass der Wolf nun auch wieder in Süddeutschland vorkommt, ist derzeit noch ein Einzelfall. Umso unerwarteter traf es die Schäfer. Baden-Württemberg war nicht vorbereitet, nicht wirklich vorbereitet auf den Wolf. Und es ist auch so, man nennt es surplus killing, wie der Fuchs im Hühnerstall. Die Schafe können nicht weg. Das heißt, der Beutetrieb, der wird immer wieder aufs Neue aktiviert, der Tötungstrieb. Außerdem sind unsere Schafe gezüchtet worden, dass sie sich zusammenschließen, wenn sie gehütet werden. Und was die machen, ist nichts anderes wie Hüteverhalten im Grunde genommen von einem Hütehund. Und deswegen wird dieser Tötungstrieb immer wieder aufs Neue aktiviert. Wäre das ein freier Wildplan, würden die wegrennen und dann würde er eins fressen. Aber Menschen brauchen keine Angst haben. Der Wolf. Für Menschen also völlig ungefährlich? Unsere Reporterin Luise Hillmeier traut sich in das Gehege der Wildtiere. Also ich muss sagen, da kriegt man schon so einen anderen Respekt als bei einem Hund, obwohl sie sich ähnlich sehen. Auch wenn das Fell mindestens so kuschelig aussieht, wie das unserer geliebten Haustiere. Ein mulmiges Gefühl bleibt jedoch trotzdem. Michael Eichhorn wird seine Mission im Tierpark Kurfalz weiter verfolgen und den Besuchern demonstrieren, dass die Mythen rund um den Wolf und seine Gefährlichkeit für uns Menschen vor allem Märchen sind.